Ich kann mir vorstellen, dass Geschichte geschrieben wird in den nächsten Wochen oder vielleicht auch sogar heute. Ah, genau, Samuel ist auf dem Grauen. Habt ihr sonst den besten Stil, wenn ihr das Beste sehen wollt? Da ist Samuel, ist auf dem Grauen. Ist ja egal, wie und wo war es. So Leute, Kennedy ist hier. Er bekommt jetzt einen Protest. Das heißt, ich kann nicht näher ran, weil sonst hab ich kein Signal mehr. So, meine Lieben. Also, ich hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Die Abstände müssen eingehalten werden. Die Polizei hat abgesperrt. Deswegen können die Abstände nicht eingehalten werden. Wir sollen Sicherheitsabstand einhalten, aber ihr habt uns eingekesselt. Wir brauchen Platz. Wir sind mitten in der Corona-Krise und ihr kesselt uns ein. Wir müssen jetzt die Abstände einhalten. Macht doch mal auf, bitte. Wir sind mitten in der Corona-Krise und die Polizei kesselt uns ein. Wir brauchen Platz. Wir sind freie Bürger. Macht die Kinder weg, damit wir uns frei bewegen können. Wir brauchen Platz. Ich werde uns wieder auf YouTube aus gesteckt. Okay. Spannend. Alles gut? Alles gut? Alles gut. Alles gut! Also schön verteilen jetzt alle, dass ihr Platz habt. Schön verteilen, schaut dass ihr Abstand habt. Schaut dass ihr Abstand habt, das ist eine Spontan-Demo. Macht Abstand, schaut dass ihr Abstand habt für eine Spontan-Demo. Dann macht das schön dass ihr Platz habt. Gebt das weiter. Abstand halten. Schaut schön, Abstand. 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 Haltet Abstand. Kennedy ist oben. Ich gehe jetzt rüber und zeige euch Kennedy. Da sind jetzt gefühlte 1000 Handys auf Kennedy berichtet. Die Jungs, die rauchen und trinken, weil es reicht mir ganz langsam. Hier ist der Uwe. Es ist noch einen Helm abgenommen. Alle. Also sprich, jetzt verliert erstmal nichts. Hier wird abgerückt schon ein bisschen. Also die Polizei geht jetzt nicht in die Endkonsequenz. Das tun sie jetzt nicht. Das muss man jetzt auch mal sagen. Wahrscheinlich sind sie zurückgepfiffen worden. Vielleicht sind auch ein paar Leute hier wie ich. Und andere, die hier stimmen und das aufnehmen. Und wenn Kennedy da ist, dann will man nicht solche Bilder haben. Da vorne steht, da muss man stehen. Und dass das noch mal kommt, das ist ganz rationale. Abstand. Abstand. Schaut, dass ihr Abstand halt. Abstand. Könnt ihr noch ein bisschen, bis sie mögen? Für die Leute? Könnt ihr das weitergehen? Also ich hab mal gebraucht. Aber es ist natürlich auch nur eine Angestellte. Ich kann da nichts sagen. Ich seh schon. Ich teile mich haben. Ich bin das so einfach auf der anderen Seite. Ich bin es doch einfach auf der anderen Seite. Wir haben das so einfach auf der anderen Seite. Das ist so wie wir hierher gekommen. Ich will euch nicht einsetzen. Ich würde mir auf der anderen Seite auf den Begebern. Vielen Dank. 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 ... 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